Verdiene 10 Euro mit 5 Minuten Arbeit und das Ganze sogar immer und immer wieder. Herzlich willkommen zum neuen Video, mein Name ist Leon Kram und auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden zum Thema Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst du keine Videos mehr, ich lade hier jeden Tag neue Videos in dem Bereich hoch. Ja und heute haben wir eben eine sehr, sehr gute Methode zum Thema Online-Geld verdienen. 10 Euro mit gerade einmal 5 Minuten Arbeit verdienen. Die meisten werden jetzt denken, okay, das kann auch gar nicht funktionieren, doch es funktioniert. Ihr braucht keine besonderen Fähigkeiten, ihr müsst einfach nur die Schritte, die ich in diesem Video erklären werde, Schritt für Schritt befolgen. Deswegen schaut euch das Video bis zum Ende an und überspringt auch keine Schritte, weil sonst werdet ihr das Ganze nicht verstehen. Würde ich mal sagen, legen wir direkt los. Viel Spaß dabei. So und zwar benötigen wir für die Methode zwei Plattformen. Die beiden Plattformen sind auch komplett kostenlos. Die erste Plattform ist peopleperhour.com. Hier kann man in allen möglichen Bereichen Geld verdienen, beispielsweise Technologie und Programmierung, Schreiben und Übersetzen, Design, digitales Marketing, Foto, Video und Bildbearbeitung, Business, Audio und Music, Marketing etc. Und ja, wir fokussieren uns in diesem Video mal auf das Thema Musik und Audio. Jetzt werden einige denken, okay, ich bin aber gar nicht musikalisch, kann ich die Methode trotzdem verwenden? Ja, für diese Methode braucht ihr keine musikalischen Fähigkeiten oder ihr müsst auch nicht musikalisch sein. Ihr könnt trotzdem damit Geld verdienen. Wie genau, das werdet ihr wie gesagt in diesem Video erfahren. Das heißt, wir klicken hier einmal rauf und ja, hier sehen wir jetzt die ganzen Bereiche. Und in diesem Video werden wir uns mal auf den Bereich Songwriting spezialisieren. Warum genau auf diesem Bereich? Das werdet ihr jetzt sehen. Und zwar, wenn wir uns hier die anderen Bereiche anschauen, da gibt es hier schon sehr, sehr viel Konkurrenz. Und hier in diesem Bereich gibt es gerade mal zwei Resultate. Das heißt, es gibt gerade mal zwei Personen, die hier Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten, obwohl diese eine Person hier, Promote Your Soundcloud Music with 100 Followers, ist ja gar nicht im Bereich Songwriting. Also die einzige Person, die hier was anbietet, ist diese Person hier und das Ganze für 25 Euro. Das heißt, ihr habt hier in dieser Kategorie gerade mal einen einzigen Konkurrenten und zwar Lukas B., der das Ganze für 25 Euro anbietet. People per Hour, also 25 Euro pro Stunde, nimmt hier der Lukas. Was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt euch jetzt einen komplett kostenlosen Account erstellen und dann hier die gleiche Dienstleistung, also Write a Song, also Songwriting anbieten. Das Ganze aber eben für 20 Euro pro Stunde. Jetzt werden einige wieder denken, okay, wow, jetzt habe ich hier ein Angebot und wenn mich jemand bucht, soll ich ihm einen Song schreiben? Ich weiß aber gar nicht, wie das geht und ob ich das überhaupt kann. Jetzt kommt eben der wichtige Punkt. Man muss es nicht mal selbst machen. Dazu benötigen wir eben Plattform Nummer 2 und zwar die Plattform Fiverr. Hier können wir nämlich jemanden ganz einfach finden, der uns das Ganze macht und das Ganze eben für unter 20 Euro. Dazu geben wir hier einfach mal Songwriting ein. So, Songwriter hier. Geben wir das Ganze einmal ein und dann sehen wir hier schon, hier gibt es zum Beispiel über 948 Personen, die das anbieten. Klar, Fiverr ist natürlich auch eine deutlich größere Plattform als People per Hour, aber deswegen würde ich euch auch empfehlen, solche Sachen eher auf kleineren Plattformen zu machen, weil dort habt ihr viel weniger Konkurrenz. Das heißt, wir suchen uns hier jetzt einfach, beziehungsweise ein wichtiger Punkt, dabei ist natürlich noch, je mehr Leute das anbieten, desto günstiger sind eben auch die Preise. Das heißt, wir können uns hier beispielsweise jemanden aussuchen, der maximal 10 Euro für die ganze Sache nimmt und wir werden hier auch einige finden, nämlich über 190 Leute. Das heißt, wir können hier beispielsweise zum Beispiel einen deutschen Anbieter wählen oder auch andere und hier machen das die Leute schon für gerade einmal 4,65 Euro. Und das ist einfach mal genial. Das heißt, wir können hier dann ein Angebot erstellen, beispielsweise für 20 Euro. Und wenn wir dann hier jemanden haben, der das Ganze für 5 Euro macht, machen wir das so. Wir stellen das Ganze hier rein und wenn wir eine Buchung bekommen haben, dann leiten wir den Auftrag einfach weiter an diese Person. Und der macht das Ganze für 5 Euro fertig oder für 10 Euro und dann oder hier, wenn wir zum Beispiel diese Person hier wählen, kostet 9,25 Euro beziehungsweise 29. Dann ist es dann eben so, dann haben wir den Rest als Profit. Das heißt, wir geben hier das Ganze ein für 20 Euro, verkaufen das dann eben hier beziehungsweise lassen das bearbeiten für 5 Euro, schicken das dann hier an den Kunden direkt weiter. Und haben dann jedes Mal, wenn wir das Ganze für 5 Euro machen lassen, haben wir dann 15 Euro Profit und wenn wir das Ganze für 10 Euro machen lassen, haben wir 10 Euro Profit. Und das Ganze eben in maximal 5 Minuten, weil das Einzige, was man machen muss, ist hier einmal das Angebot erstellen. Das dauert höchstens 2, 3 Minuten und dann, sobald wir eine Buchung haben, dann müssen wir die Buchung nur weiterleiten. Das heißt, wir müssen den Auftrag vom Kunden an diesen Dienstleister hier weiterleiten. Und wenn er es fertig hat, müssen wir einfach den Songtext einfach nur zurückschicken mit Copy & Paste an den Kunden und schon sind wir fertig. Das ist einfach nur genial, weil das Ganze dauert nicht mal 5 Minuten insgesamt und somit könnte man eben immer und immer wieder 5 Euro beziehungsweise 10 Euro mit 5 Minuten Arbeit verdienen. Wie meldet man sich mit? Ich habe euch natürlich den Link zu Fiverr auch in die Videobeschreibung gepackt. Dazu geht ihr hier einfach oben auf Registrieren, könnt ihr euch dann komplett kostenlos ein Konto erstellen. Bei People per Hour läuft es ähnlich. Dazu geht ihr dann hier oben einfach auf Freelancer? Dann wählt ihr das passende aus. I want to hire a Freelancer oder I want to work as a Freelancer. Wir wollen natürlich als ein Freelancer arbeiten. Dann hier Sign up with E-Mail. Dann hier ganz normal Name, Nachname, E-Mail, Passwort eingeben. Dann könnt ihr euch schon bei People per Hour anmelden und könnt dann eben in dem Bereich beispielsweise hier Musik und Audio dann eben eine Dienstleistung erstellen. Und natürlich sind euch da keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch im Bereich Design, Marketing, Foto, Business etc. machen. Allerdings habe ich jetzt hier mal für dieses Video den Bereich Musik rausgesucht, weil es da eben sehr, sehr wenig Konkurrenz gibt. Und je weniger Konkurrenz es gibt, das heißt Leute gibt, die schon diese Dienstleistung anbieten, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann eben gebucht werdet. Weil beispielsweise, wenn wir jetzt mal auf das Thema Design gehen und dann hier aufs Grafikdesign gehen, da werden wir schon sehen, dass hier schon über 2600 Leute in dem Bereich aktiv sind. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass ihr dann hier gefunden werdet und auch gebucht werdet. Und im Bereich Musik, Songwriting sind, ja komischerweise, das hat mich auch gewundert, aber dort sind nur zwei Leute bzw. eine Person, ihr habt es ja eben gesehen, aktiv. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist da extrem hoch, dass ihr dann eben gefunden werdet, weil ihr ja auch den günstigeren Preis habt und das Ganze dann eben einfach von einem Dienstleister hier auf Fiverr bearbeiten lasst. Was jetzt nochmal ein Tipp wäre, der auf jeden Fall ein bisschen ungewöhnlicher ist, den werde ich jetzt nochmal geben. Und zwar, klar, wir können jetzt hier zum Beispiel den günstigsten raussuchen. Hier zum Beispiel 4,60 Euro, da hätte man über 15 Euro Gewinn, wenn man das hier für 20 Euro bei Pupil per Hour anbietet. Ich würde aber trotzdem eher die teureren Leute, in Anführungszeichen, nehmen, zum Beispiel hier für knapp 10 Euro. Dann habt ihr erstens immer noch 10 Euro Gewinn anstatt 15 Euro. Und, sind wir mal ehrlich, ein Song geschrieben für gerade mal 4,60 Euro, der kann qualitativ gar nicht so gut sein wie ein teurerer Song für zum Beispiel 10 Euro. Oder eben, ja, höhere Preisige, zum Beispiel wenn man das für 15 Euro machen lässt, dann habt man immer noch 5 Euro Gewinn. Aber ich würde sagen, 10 bis 15 Euro sollte der Song hier bei Fiverr schon kosten, beziehungsweise der Text für den Song. Weil, wenn ihr hier einen 4 Euro Song anbietet und die Qualität vielleicht nicht gut ist, und, ja, beziehungsweise der Text nicht gut ist, dann wird euch, derjenige, der euch gebucht hat, wird euch auf jeden Fall kein zweites Mal buchen. Und, ja, wenn die Qualität aber gut ist und der von euch, beziehungsweise eurem Dienstleister, der weiß ja nicht, dass der Dienstleister das gemacht hat, wenn er davon überzeugt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass er euch immer und immer wieder bucht. Und so hättet ihr dann eine Art passives Einkommen. Wenn ihr zum Beispiel einen Kundenstamm habt, dann habt ihr beispielsweise 10 Leute, die immer wieder Songs bei euch buchen, aber ihr lasst es ja immer fertig machen von zum Beispiel einem Verkäufer hier. und so könnt ihr dann nach und nach hier euch eben ein sehr gutes Einkommen mit dieser Methode aufbauen. Ja, dann hoffe ich, diese Methode hat euch gefallen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt und dann werde ich euch jetzt hier noch zwei Videos einblenden. Einmal ein Video, wie ich es geschafft habe, über 10 Einnahmequellen in einem Jahr aufzubauen und nochmal eine komplette Playlist mit über 100 Videos zum Thema Online-Geld verdienen im Jahr 2022. Ja, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Bleibt gesund bis dahin und tschüss!